Hallo meine Lieben, ich habe mal wieder eine neue Probandin. Ich habe ja vor kurzem bei Instagram gefragt, wer denn grundsätzlich lustig mal hier zu sitzen. Und da hat sich auch die Liebe Anna bei mir gemeldet. Und ja, jetzt starten wir unser erstes Video, ganz klassisch, mit einer Rückenuntersuchung. Ich muss ja wissen, was für Problemchen meine Probandin haben. Hast du eigentlich ein Tattoo? Ein Tattoo? Nein. Nein, bisher war es so, dass alle außer eine Tattoos, also die Regelung gilt jetzt nicht mehr. Okay, gut. Du hast gerade eine längere Klausurenphase hinter dir. Das bedeutet, es könnte eventuell sein, dass ich hier in der Schulternackenmuskulatur ein paar Verspannungen zeige. Aber ja, wir schauen uns natürlich die komplette Wirbelsäule an, von oben bis unten. Sonst hast du aber keine Verspannungen. Und ja, hier oben sind wir sie. Ja, genau. Okay. Aber sonst geht's. Sonst geht's, ja. Schauen wir uns den Rücken ganz intensiv an. Wie immer natürlich geht es nur deiner und Annas Entspannung. Und ja, es kommen auch einige Tests vor, die jetzt so wahrscheinlich nicht gemacht werden würden, aber sich entweder schön anhören oder schön anfühlen. Genau. Und deswegen starten wir jetzt erstmal mit der Hautuntersuchung. Denn, wie ihr sicherlich schon wisst, zeigt auch die Haut schon Hinweise auf Blockaden unter Umständen. Wie zum Beispiel Verfärbungen oder Rötungen können Hinweise auf Verspannungen sein. Aber ich habe natürlich jetzt schon während dem Intro auch etwas geguckt und konnte da jetzt nichts Besonderes feststellen. Man muss natürlich dazu sagen, dass solche Verfärbungen erst auftreten, wenn da jetzt schon sehr, sehr lange etwas ist. Also sich wahrscheinlich meistens schon über Jahre manifestiert oder so über Jahre aufgebaut hat. Jetzt gehe ich mit etwas mehr Druck an die Muskeln. Hier merkt man natürlich gleich, der Trapezmuskel ist auf jeden Fall verspannt. Ich gehe jetzt aber auch hier mal an die Halswirbelsäule. Auch da merkt man schon, dass es fest ist, weil man ja oft beim Lernen in den Kopf so nach vorne nimmt. Egal ob man jetzt auf den WC guckt oder irgendwie nach unten guckt, wird die ganze Zeit der Kopf von der Halswirbelsäule in den Muskeln gehalten. Also hier habe ich mich nochmal kurz umgesetzt, damit es ein bisschen bequemer ist für mich. Genau, also hier habe ich jetzt schon abgetastet Halswirbelsäule. Wie gesagt, Nackenmuskeln, da merkt man auf jeden Fall was. Und hier wird es aber schon lockerer. Hier komme ich zum Beispiel ohne Problem unter das Schulterblatt. Also die Muskeln sind jedenfalls nicht zu. Genau, hier Rückenstrecker. Gut, der ist jetzt natürlich auch ein bisschen angespannt, weil ihr alle natürlich vorbildlich gerade sitzt. Aber tut jetzt nichts weh oder nein? So, umdrucken, alles soweit in Ordnung. Okay, dann hast du hier irgendwas gemerkt, dass das so ein bisschen... Wir sind im richtigen Bereich auf jeden Fall. Okay, jetzt würde ich mir gerne die Beweglichkeit anschauen. Und zwar guckst du nach unten und rollst dich langsam ab, muss nur bis hierher sein. Und der Fokus liegt jetzt hier. Ja, reicht, danke. Ganz gerade Halswirbelsäule. Hier kommt die Bewegung raus. So, wieder relativ gerade hier. Und wieder nach oben. Und jetzt bis hin, wenn du oben bist, ins Topbecken gehen. Und nach hinten. Okay. Und jetzt hier nach hinten, hinten. Das geht gar nicht. Ja. Und jetzt nochmal nach hinten. Ja. Okay. Also, die... Okay. Die Kopfgelenke, die oberen, sind gut beweglich. Hier, ich glaube, da ist einfach eine wahnsinnige Festigkeit drinnen. Ja. Hier kommt viel Bewegung in Richtung Beugung. Und die Brustwirbelsäule ist auch sehr, sehr fest. Gut. Ähm, ja. Jetzt kommen meine berühmten neurologischen Tests. Da du meine Videos ja schon oft gesehen hast, und werde dich mit diesem Nervenrat keine Überraschung sein. So. Jetzt beginnen wir hier oben. Mit dem Nervenrat. Mit dem Nervenrat. Und die rechte Seite eben. War da irgendwas Besonderes auf der rechten Seite? Am Halsbisschen. Ja. Ja. Klar. Ja. Der Bereich, der auch sehr unbeweglich war. Genau. Hier war aber nichts. Nein. Also, der andere Seite. Und wie war die linke Seite? Viel besser. Besser? Auch kein Wunder, wenn man rechts hinterm ist. Du bist rechts. Ja. Okay. Hast du noch ein bisschen was gespürt oder gar nicht? Ja, ein bisschen was. Aber grundsätzlich besser? Ja. Okay. Da haben wir jetzt schon Anhaltspunkte, aber natürlich werde ich jetzt noch weitere Untersuchungen machen. So, und zwar habe ich hier zwei Pinsel und ich werde jetzt mit den Pinseln immer beidseitig streichen. Und du sagst mir am Schluss, ob es einen Unterschied gab zwischen rechts und links, um eine Hyper- oder Hyposensibilität festzustellen. Okay, jetzt geht's. Gab's da einen Unterschied? Oben am linken Nacken habe ich gerade was gespürt. Hier? Ja, ein bisschen weiter oben. Genau, da. Also das spüre ich rechts, wenn ich stärke. Okay. Und spürst du jetzt quasi das Weniger, also hast du das Gefühl, das ist tauber oder das ist übersensibel? Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, das ist links ein bisschen tauber. Okay. Ja. Das kann natürlich sein, dass auch durch die Verspannungen und die Nerven schon etwas komprimiert sind. Also, eventuell haben wir hier im linken Trapezbereich von der Haut her schon eine leichte Taubheit. Es kann auch nur vorübergehend sein. Einfach durch die Verspannungen können Nerven, auch Hautnerven komprimiert werden. Also, als nächsten Test werde ich dann tatsächlich mal einen Gelteempfindungstest machen. Das wird jetzt hier in dem Bereich aber ganz interessant werden. Dazu nehme ich diese Tonnen Facial Eyes Globes. Die fühlen sich sehr kühl an. Die Augen sind nicht zu unangenehm. Aber da ist es auch nochmal interessant, ob du einen Unterschied zwischen rechts und links wahrnimmst. Ich werde jetzt aber nochmal am ganzen Rücken machen. Hier bleibe ich jetzt etwas länger. Also, wir haben hier tatsächlich eine leichte Hypo-Sensibilität. Sowohl für Druck, als auch für Wärmegeldtests. Der nächste Test ist der Spitzstupf-Test oder auch spitzweich. Passt, finde ich besser. Und zwar werde ich einmal mit etwas Spitzem deine Haut berühren, deinen Rücken. Und einmal mit etwas Weichem. Und du musst einfach nur spitz oder weich sagen. Natürlich in dem Bereich wieder besonders spannend. Wir fangen jetzt aber erstmal rechts an. Weich, spitz. Weich, weich, spitz. Weich, spitz. Ich glaube, spitz. Ich habe jetzt ein bisschen leichter berührt. Das war gemein, gell? Weich, spitz. Ja, also wenn man hier ganzer Hand wird berührt, dann ist es schwieriger, gell? Wahrscheinlich war es einfach so ein bisschen top. Aber hier. Spitz. Weich. Spitz. Ja. Das ist leichter, oder? Ja. Das machen wir nochmal so. Spitz. Weich. Spitz. Stütz. Weich. Perfekt. So. Auch bei den meisten Rückenuntersuchungen darf die Stimmkabel nicht fehlen. Heute möchte ich, dass du die Vibration wahrnimmst an unterschiedlichen Stellen. Und mir sagst, wann du die Vibration nicht mehr spürst. Okay? Jetzt. Das ist schwierig. Es ging. Das war länger als unten. Okay, noch. Warte mal. Ich lasse jetzt die Stimmkabel mal von alleine ausgehen. Jetzt. Das ist ein guter. Jetzt. Jetzt spürst du es ein bisschen früher, das aussieht noch nicht ganz aus, aber alles nicht schlimm. Jetzt. Jetzt. Sehr gut. Also, es ist glaube ich relativ klar, wo wir unsere Behandlung, wo wir den Fokus hinsetzen. Aber ich werde jetzt nochmal spezifische Bewegungstests hier machen, weil rechts war es ja schmerzhafter vom Nervenrad und links ist ja die Taubheit. Dazu gucken, wie das da blockiert ist sozusagen. So, ich gehe jetzt mal vorsichtig seitlich an die Wirbel, so ein bisschen nach vorne. Perfekt. Fest auf jeden Fall. Tut da was weh? Links spannt es mir. Ah, hier? Ja. Oh ja. Das ist auch unglaublich. Ich darf es jetzt mal nach rechts schauen. Nach links. Aber nach links ist fast schwieriger, oder? Ja, also es ist schwieriger. Es tut weniger weh. Okay. Also rechts tut es auf der linken Seite. Ja, da spannt es mir. Genau. Entspannend zwischendurch. So, jetzt mal so. Und auch. Genau. Okay. Hier haben wir ein bisschen. Also das ist natürlich besser im Vergleich zu oben, aber da haben wir auch ein paar Stellen, wo es ein bisschen unbefähiglicher ist und also meiner Erfahrung nach nützt es immer nichts die Halswirbelsäule isoliert zu behandeln, weil man eigentlich nicht so eine Brustwirbelsäule gut trennen kann, weil zum Beispiel ich kann nur aufrecht mit dem Kopf sein, wenn auch meine Brustwirbelsäule sich gut aufrichten kann zum Beispiel. Deswegen wird die Behandlung jetzt auf jeden Fall in diesem Bereich hier umfassen. Da haben wir natürlich auch ein bisschen mehr zum Massieren und zum Mobilisieren. Genau, aber der Fokus liegt natürlich hier in diesem Bereich. Und ja, da wir jetzt glaube ich schon 20 Minuten haben, wird das unser zweiter Teil. Das wird quasi Massage, Mobilisation, wie ihr halt meine physiotherapeutische Behandlung inzwischen kennt. Und ja, ich hoffe ihr schaut dann wieder rein. Ich weiß nicht, wann ich die Videos dann immer bringe. Aber allzu lang müsst ihr euch bestimmt nicht gedulden. Genau. Und dann bin ich mal ganz gespannt. Ich würde auf jeden Fall noch diese Sensibilitätstests für hier am Ende des Videos machen, um zu gucken, ob es gleich schon was gebracht hat. Das weiß man immer nicht, ob es gleich was bringt oder erst später. Gut. Gut. Dann hoffe ich, ihr konntet gut entspannen, fandet die ganzen Befunde aber trotzdem interessant. Ja. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.